Hallo meine Lieben, ich bin die Isabella, ich bin Nikita, ich bin Anna und wir drei sind alle aus unterschiedlichen Schulen. Ich bin aus der Sankt-Anzga-Schule, Nikita aus der St. Paulus und Anna aus der katholischen Schule Harburg und wir sind das neue Sprecherteam. Wir hoffen, dass wir euch alle gut repräsentieren können bzw. eure Ideen auch richtig an alle Lehrer, den Generalvikar und sonst wen weiterleiten können, damit ihr euch an der Schule wohl fühlt. Ja, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und das Eglichen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, könnt ihr euch bei uns melden. Dankeschön.